Herzlich willkommen, mein Name ist Fritka Lüppi, ich gehe zuerst mit der ersten Gruppe auf eine Führung, die zweite Gruppe kann zuerst ins Café, Frau Segalla mit der zweiten Gruppe in der Führung und jetzt mit dem Café. Wenn wir noch die Frau Studer, Sie schulen, Sie sagen, Sie können schauen, was Sie heute bewertigen. Nach nur wenigen Wochen tauchten vor der Küste Afrikas tunesische Piraten auf. Nur die 26 Kanonen auf der Dromedaire konnten diese im letzten Moment davon überzeugen, sich doch ein anderes Schiff als Beute auszusuchen. Bald darauf bemerkte De Clieu, dass ein holländischer Spion mit an Bord war, der verhindern wollte, dass das niederländische... 1'000 und 40? 1'000 und 40? Ja. Schau, gell? Wir sind ein bisschen modernerer Form. Aber das Grundproblem... Schau, gell mal so. 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 Ja, ich habe schon mal so. Ja, das ist ja immer auch unter der Dusche, ich habe mich gut auch geschaut. Schau, gell mal so. 9'000 und 40. Schau, gell mal so. Schau, gell mal so. Oh ja, da hast du meint. Schau, die treten's zu haften. Ich hätte schon gerne gehalten. Ja, das ist ja auch da. Ich hätte mir gerne helfen. Schau, der ist ja immer schon. Ja, da ist jetzt schon ein paar Läge. Ja, das meint es auch. Hey, komm, du hast ja kein Satz. Jetzt habe ich es angeschlagen. So, der Bauer Halsi ist ready für die Abfahrt. Schau, wie sie kommen. Was macht Bauer Halsi heute? Na, liebe Leute, schmeckt die Glasse? Hören nicht! Ja, Bauer Halsi! Ja, Bauer Halsi. 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 Vielen Dank.